Ich muss ja gestehen, dass ich ein klein wenig aufgeregt bin. Hinter mir, die Bonny, ist gesattelt und in ca. 20 Minuten geht es los. Erstmal zur Autoverladestation hier nach Altona, dann mit dem Autozug runter nach Lörrach und die erste Etappe bis nach Hittnau, die werde ich dann alleine fahren und da den Laurens aufgabeln. Ja, da sitzen wir wieder. Ein Jahr später. Ein Jahr später, wieder hier in Hittnau in der Schweiz und geplant ist die nächste Moppetour. Eigentlich wollten wir ja nach Norwegen, aber aus bekannten Gründen hat sich das alles als schwierig erwiesen und deshalb haben wir geplant, eine kleine Deutschlandtour zu machen mit Nachbarstaaten. Ja, dank Corona können wir leider nicht. Und Nachbarnstaaten heißt? Ja, wir starten hier in der Schweiz. Ich bin mit dem Autozug runtergefahren, kann ich gleich mal kurz erzählen. Abenteuer Autozug. Dann wollen wir hier so ein bisschen in die Berge und dann für so französisch-schweizer Grenze lang, quer durch Deutschland, ein bisschen zickzack, vielleicht das ein oder andere deutsche Mittelgebirge mitnehmen und Endziel ist dann Hamburg. Ich weiß ja, letztes Mal haben alle gelacht, alle haben gelächelt über das Begleitfahrzeug, die Pussis. Das lassen wir uns natürlich nicht nehmen. Diesmal ohne Begleitfahrzeug. Einfach alles. Aber ich sehe uns schon. Wir stellen das Zelt auf, machen ein Foto und fahren anschließend ins Hotel. Ja, das können wir eigentlich auch machen. Das können wir machen. Müssen wir nur nicht drüber reden. Ja, vielleicht mal ganz kurz Autozug, weil das ist ja vielleicht für den einen oder anderen interessant. Ich bin in Hamburg auf den Autozug gefahren. Das ist ja mittlerweile so ein privater Betreiber, Bahntouristik, irgendwas oder so. Ich dachte erst, boah, das ist bestimmt ein Riesenabenteuer. Aber nee, das lief eigentlich alles ganz gut. Bis auf den Regen, den ich beim Verladen hatte. Aber du fährst mit dem Moped drauf, musst den Kopf einziehen. Also es ist richtig flach. Also du musst wirklich Kopf zwischen den Lenker. Dann fährst du da drauf und dann wird das verzurrt. Gehst in diese Liegewagen. Die sind richtig schön 80er Jahre. Also da ist wirklich die Zeit stehen geblieben. Aber alles gut. Also ich habe ein paar Stunden gepennt und der war dann relativ pünktlich da. Das dauert dann nochmal 30, 40 Minuten, bis alles ausgeladen ist und dann geht's los. Petty macht mir richtig Spaß drauf, weil meine Idee ist ja dann oder mein Weg ist ja dann von Hamburg mit dem Autozug die gleiche Strecke zurück in die Schweiz. Ja, mal schauen. Ich kann da noch nicht viel zu beitragen. Ich muss mal gucken, wie das dann wird. Ach doch, das kann man machen, bevor man die Strecke mit dem Motorrad fährt. Weil was sind das? Irgendwas zwischen 800 und 1000 hier runter. Ungefähr, ja. Das mit dem Motorrad fahren, Autobahn. Also nee. Also auch nicht mit den unverkleideten Maschinen, die wir haben. Kein Windschild, gar nichts. Und gerade bei dem Wetter jetzt mit dem Regen. Deswegen wollte ich heute schon starten. Ja, ich durfte dann ja die erste Etappe, ich nenne es den Prolog, wie bei der Tour de France. Ich musste dann ja von Lörrach nach Hidnau. Es sind so 120, 130 Kilometer, je nachdem welche Strecke. Und ja, in Lörrach sah noch alles gut aus. Die letzten Meter kam Regen, ne? Ja, nicht die letzten Kilometer. Also bestimmt, ich bin bestimmt 60, 70 Kilometer durch den Regen gefahren. Ja, hier, ne? Kommt noch was raus, ja, hier? Es macht aber auch nichts, weil es ist langsam Tradition. Paddy kommt in die Schweiz, muss Geld beim Triumph-Händler lassen, weil er irgendwelche Ersatzteile braucht. Letztes Jahr war es eine Jacke, weil er gebibbert hat. Und dieses Jahr die Tip Top Pico Bello Lederhandschuhe, aber mit Goretex-Membran. Und wasserfest sollen sie sein. Wasserdicht sollen die sein. Also da verspreche ich mir ganz viel von. Aber jetzt schmeißen wir erstmal den Grill an, oder? Ja, und wir freuen uns. Und von daher, bis zum nächsten Take. Auf geht's! Was für ein Tag! Ja, Lorenz. Setzst du den Helm nicht ab wegen deiner Frisur, oder was? Ja, ich sehe scheiße aus. Ich schlafe mit Helm, ich bin totaler Motorradfieber. Aber ich wäre mir jetzt nicht so sicher, ob das was ändert ohnehin. Ja, schönen Dank. Ja. Doch, ändert. Ja, Quatsch. Mann, oh Mann. Ja, der erste Tourtag ist vorüber, beziehungsweise wir sind an unserem Ziel in Montreux auf dem Campingplatz angekommen. Mann, was haben wir alles erlebt? Also ich glaube, der Tag alleine, der reicht schon für ein ganzes Video. Heute Morgen ging es los, wirklich wieder im strömenden Regen. Wir haben gekotzt, Regenklamotten angehabt. Es hat nichts gebracht, dass ich sie vorher angezogen habe. Ich dachte, damit könnte ich den Regengott beschwören, à la Murphy's Law. Hat nicht funktioniert. Hat nicht funktioniert. Und dann sind wir bestimmt, die ersten anderthalb oder zwei Stunden sind wir durch den Regen gefahren. Ich würde fast länger noch sagen. Also eigentlich kann man sagen, von der Distanz, die Hälfte der Strecke. Und es hörte das erste Mal auf, als wir in der Fähre waren. Wir sind da mit der Fähre, du weißt das immer. Wie hieß die Fähre? Von Küstennacht, Grassau oder Geresau auf die andere Seite, am Vierwaldstädter See. Ja. Sind wir so quer rüber und da war das erste Mal regenfrei. Was hast du gelatzt? 24 Stunden. Zwei Mopeds, zwei Personen sind zwölf pro Nase. Geht. Ist okay. Und dann, ja, dann haben wir uns eigentlich zügig über die Landstraßen Richtung Kantersteg gemacht. Dann mit dem Autozug, also durch den Berg durch. Durch den Berg durch, Kantersteg oder Lötschbergtunnel oder wie das Ding heißt. Genau. Am Lötschberg, Kantersteg und dann einmal durch und das war eigentlich ziemlich geil. Das war sehr geil. Also ich bin mit dem Auto schon ein paar Mal gefahren. Was cool ist, man fährt halt wirklich einfach mit dem Auto rauf, bleibt sitzen und fährt durch den ganzen Tunnel durch. Und noch nie mit dem Motorrad gemacht. Was eigentlich sehr spannend war, weil man mit dem Motorrad als erstes drauf fährt bis zum Ende. Da ist dann ein extra Abteil, beheizt bis zum Gehtnichtmehr, also so warm. Und das Lustige war, da mussten wir in dem Abteil die Motorräder wenden, weil das war ein One-Way, also eine Sackgasse war das quasi. Da mussten wir da drin wenden, ging aber auch irgendwie dann. Und dann sind wir rausgefahren und strahlender Sonnenschein. Endlich. Die Sonne knallte, endlich. Und dann kam aber gleich das nächste Problem, Wind. Dann hatten wir Wind, wo wir fast schräg gefahren sind. Aber egal, da ist alles getrocknet, was wir irgendwie an hatten. Ja, aber ich weiß nicht, ob es besser ist. Wind oder Regen. Also Windfahren ist fast anstrengender wie im Regen. Also es war wirklich anstrengend. Also die ganze Zeit mit so einem richtig fetten Wind. Ich habe dann ja gebetet, dass hier auf dem Campingplatz nicht so windig ist. Und ja, wir sind jetzt hier angekommen. War alles ein bisschen chaotisch. Wir haben aber hier ganz tolle Nachbarn aus Vezikon. Der eine Kubaner haben wir kennengelernt. Da hinten sind noch andere Motorradfahrer. Also das, ich muss mal sagen, so Campingplatz ist irgendwie, was Social Life angeht, irgendwie schon geil, oder? Schon immer. Also ich camp ja schon mein halbes Leben lang. Und Social Life am Campingplatz, man hilft sich. Also es ist nie ein Problem. Man muss dazu sagen, wir kamen zu spät. Ja, also ich wusste ja auch nicht, wie das läuft. Also wir kamen natürlich elf Minuten zu spät. Die Rezeption war schon zu. Wir hatten natürlich nichts vorreserviert. Wir sind ja auf gut Glück hierher. Dachten uns, ja, das wird schon irgendwie gehen. Und ja, Laurens natürlich mit seiner laxen Art, ja, das geht schon. Wir bauen einfach das Zelt auf. Gut, wir haben da hinten ein paar schreiende Kinder. Wir müssen gleich nochmal gucken, ob wir irgendwie... Das sind eigentlich die... Ob wir noch irgendwelche Medikamente haben oder so. Ja, aber es sind eigentlich die, die drei Plätze haben, gemietet haben. Die hätten eigentlich hier stehen sollen. Genau. Und sind netterweise jetzt nach hinten gegangen. Mit drei riesen Quetscherzelten. Das sind irgendwie zehn, zwölf Mann. Quetschen sich auf eine Parzelle. Also wir sollten das Geschrei ertragen. Ich glaube auch. Aber ich habe ja Ohrstöpsel dabei. Der Liebe wegen. Insofern, nee, also es war wirklich ein sehr ereignisreicher erster Tag. Sind noch ein bisschen Drohne geflogen und so. Haben viel gesehen. Ich muss das erstmal verarbeiten. Also wahrscheinlich werde ich da hinterher, wenn ich das Video schneide, werde ich dann nochmal das ein oder andere zu sagen. Also ja, die Mopeds haben gut durchgehalten. Also technisch und so gab es überhaupt keine Probleme. Auch gepäckmäßig haben wir eigentlich alles ganz gut hinbekommen. Ja, Laurens fährt übrigens ganz hervorragend Linkskurven, muss ich sagen. Also die Linkskurve, die nimmt er so ganz geschmeidig von ganz alleine. Und bei den Rechtskurven, da muss er so richtig ackern. Da merkst du, wie er das ganze Gewicht auf die Seite schmeißt. Ich muss an meinem Mopeds einfach mal die Spur einstellen, dass er wieder gerade fährt. Und vielleicht die Gewichtsverlagung ein bisschen ändern. Ja, aber wir müssen auch nochmal ein Foto machen. Das Problem ist natürlich, die Scrambler hat zwei oben liegende Auspuffrohre auf der rechten Seite. Und deshalb hat er eine Tasche nur auf der linken Seite. Und die ist so vollgepackt mit irgendwelchen Backsteinen. Foto-Equipment. Foto-Equipment. Also das Ding wiegt bestimmt 20 Kilo, oder? Keine Ahnung, aber ich bin froh. Mal gucken, ob der Gepäckträger oder die Haltung bis zum Ende hält. Es hängt. Und ich bin froh darüber, aber tatsächlich zieht die Karre nur nach links. Ja, die Zeltaufbau-Challenge habe ich dann grandios verloren. Ich hatte ja zu Hause schon mal geübt und dachte mir, oh, das Zelt geht aber wirklich gut und einfach aufzubauen. Aber du mit deinem komischen Kinderding hier, das war in Nullkommanichts aufgebaut. Das Zelt, glaube ich, 10 Jahre alt, von Kim und Lea, meinen Töchtern. Das haben sie im Moocamp immer dabei gehabt. Das ist so ein Schulding, wo sie dann so Theater aufführen. Dabei gehabt. 10 Jahre lang. Meine Frau hat gesagt, nimm es mal mit. Und danke. Ich habe gewonnen. Ja, den Sieg überlasse ich dir gerne. Genau, morgen beim Abholen auch. Also ich muss auch sagen, ich habe jetzt ehrlich gesagt gar keine Lust mehr, noch irgendwas aufzunehmen, zu drehen, zu fotografieren. Wir gucken jetzt, dass wir irgendwie ein Bierchen kriegen lassen, den Abend mal ausklingen. Und nehmen uns die Zeit mal einfach für uns ein bisschen runterkommen und nicht immer nur hier irgendwelche YouTube-Videos machen. Und dann geht es morgen weiter. Dann melden wir uns bestimmt wieder. Ich möchte das hier noch mit von meinen Töchtern abschließen. Das habe ich mal bekommen. Er ist jetzt im Einsatz. Ich sage jetzt mal Prost. Teddy, darfst du auch einen Schluck? Und ich würde sagen, damit verabschieden wir uns. Ah, das zischt. Frisch geduscht, wie ein neuer Mensch. Ja, gleich geht es wieder auf. Gerade erst mal ein schönes Käffchen gemacht mit unserem super Kocher. Und ja, jetzt heißt es erst mal diesen ganzen Kram wieder einpacken. Versuchen, das Handtuch trocken zu machen. Zelt einpacken, alles aufräumen und so weiter. Ja, wird wahrscheinlich alles eine Stunde dauern, bis wir hier loskommen. Gucken wir mal. Ich freue mich schon auf die nächste Etappe. Ich freue mich schon auf die nächste Etappe. Ich freue mich schon auf die Etappe. Ich würde sagen, ab ins Altersheim, oder? Ja, ich habe ja die ganze Zeit Insta-Stories gemacht. Ich habe noch nie in meinem Leben so viele Insta-Stories gemacht. Wie ihr seht, bin ich nass. Wir wollten das eigentlich filmen, wie ich reinspringe. Aber das Walross... Das Walross... Du Arsch! Ich nehme nächstes Mal jemanden mit, der schon mal eine Kamera in der Hand gehabt hat. Ich habe immer wieder auf die GoPro gedrückt. Komm hier, ich komme noch einmal fürs Video. Das Video läuft. Nichts anfassen. Nichts anfassen, ja? Don't touch anything. Ich spring da jetzt rein, ja? Ja, ich folge dir. Soll ich das Handy hinterher schmeißen, oder? Ja, es ist wasserdicht. Eine Frage natürlich. Ja, wie macht ihr die Kulturplanung? Wie reserviert ihr die Campingplätze? Wie plant ihr? Was ist euer Plan? Also wer mich kennt, ich plane Anfang der Reise und Ende der Reise und die Mitte ergibt sich. Genau. So mache ich es normalerweise. Also wir nehmen uns abends oder morgens Google Maps vor. Genau. Oder Kalimoto. Kalimoto ist so eine Motorrad-Navigations-App. Die meint es manchmal ein bisschen sehr gut mit den kurvigen Straßen. Und dann gucken wir einfach nur grob, wo wir hinwollen und dann fahren wir. Meistens ändert sich das im Laufe des Tages nochmal. Genau. Also heute hat es sich ja auch geändert. Ja, weil du ja unbedingt einen Campingplatz am See wolltest. Genau. Wir hatten ursprünglich einen anderen Campingplatz. Und da wir den Mittag an dem See verbracht hatten zum Essen. Und wir eigentlich Lust hatten reinzuspringen. Aber das irgendwie hat das nicht gepasst. So mit Moped entkleiden, alles rausgraben etc. Wenn du dann einmal nass bist und dann sandig alles. Hatten wir keine Lust drauf. Aber dann sind wir natürlich auf die Idee gekommen, dass wir am Abend auf einen Zeltplatz wollen, wo der einen See hat. Genau. Und den haben wir jetzt gefunden hier. Und da war ja auch die Frage, wie macht ihr das denn? Also wir fahren einfach zu dem Campingplatz hin und hoffen dann darauf, dass da irgendwie Platz ist. Genau. Das hat bis jetzt geklappt. Also es kann natürlich auch sein, dass das mal nicht klappt oder dass mal niemand mehr da ist. Dann fällt man zum nächsten. Also bei den Apps kannst du dir ja wie Google etc. die Campingplätze anzeigen lassen. Genau. Einfach nach Camping suchen. Und genau. Um Zielumgebung oder wo man gerade ist. Und dann zeigt er ganz viele an. Sucht man sich einen raus und dann den nehmen. Das ist natürlich für einen ordentlichen Deutschen nix. Weil der muss ja eigentlich, der muss gestern schon wissen, wo er in vier Tagen schläft. Ja gut, das bin aber nicht ich. Das habe ich noch nie gemacht. Also sämtliche Urlaube, egal wo ich mit den Kids in Australien, egal wo wir waren. Wir haben Hinflug, Rückflug und die Mitte hat sich immer ergeben. Wir sind einfach losgefahren, wo wir gesagt haben, da ist ein Name. Der hat man schon mal gehört. Jetzt hast du zum Beispiel, vorhin haben wir gesagt, wir wollten ja Richtung Norden hoch. Richtung Saarbrücken irgendwie, so die Grenze hoch. Jetzt hast du auf einmal gesagt, wo Gessen ist ja auch irgendwie in der Nähe. Und jetzt haben wir uns heute vielleicht mal entschieden, da mal vorbeizufahren. Wir wollen ja auch nicht jetzt sagen, wir müssen bis dahin fahren, sondern wenn du irgendwie einen Namen auf einmal auf der Karte liest und sagst, den Namen habe ich schon mal gehört, da fahren wir jetzt hin. So wie heute Bonneville. Bonneville. Heute waren wir in Bonneville, ja. Also da gab es nichts, außer, dass ich der Meinung war, ich muss da jetzt ein Foto machen, weil ich ja eine Bonneville fahre, also muss ich irgendwie nach Bonneville. Na ja, wenn wir nach Bonneville haben wir ein Foto gemacht und sind weitergefahren. Ich könnte jetzt natürlich ein bisschen. Ich habe dann nach Scrambler gesucht, Scrambler gibt es nichts. Kein Scrambler Ort. Nein, kein Scrambler Ort. Scheiße. Was für ein Tag. Tag drei, unsere Tour ist um, wir sind in Frankreich. waren wir gestern ja auch schon. Richtig schöne Tour. Also gerade der Anfang hat mir sehr gut gefallen. Tolle Landschaft. Also das mit der Windrichtung, das üben wir noch ein bisschen. Hat mir richtig gut gefallen, wobei es ja heute Morgen... Boah, Scheiße. Paddy in Flammen. Paddy in Gefahr. Wobei es ja heute Morgen mit einem kleinen Malheur losgeht. Erzähl. Powerbank und der Sitzbank positioniert. Und an meinem USB-Entschluss angeschlossen. Dann hatte ich die glorreiche Idee, den Schlüsselloch damit hinzulegen. Und jetzt habe ich die Sitzbank drauf gemacht. Die hat jetzt eingerastet. Das ist der Schlüssel unter der Sitzbank. Aber fahren kannst du doch noch, das ist ja Kieles. Fahren kann ich Kieles. Das ist eigentlich ziemlich cool. Das Problem ist nur, ich kann jetzt nicht mehr tanken. Weil es gibt auch hier ein Tankschloss. Jetzt steht die Entscheidung offen. Knacke ich das Tankschloss oder knacke ich das Sitzbankschloss? Irgendwann. Naja, gestern Abend haben wir immerhin getankt. Also so 250, 300 Kilometer kommen wir im Notfall. Also ich komme fast bis nach Hause. Das, wo wir jetzt sind. Das ist das einzige Gute. Ruf doch deine Frau an, dass sie den Schlüssel bringen soll. Meinst du, das macht die? Heute ist Sonntag. Wenn sie lange weilert? Du, in drei, vier Stunden ist sie bei uns. Wenn sie Autobahn fährt? Ich frag sie mal. Kannst du ihr bitte sagen, dass sie auch ihr Gesicht filmen soll? Reicht schon meins. Also erstmal ein bisschen Aufregung. Sind dann aber erstmal losgefahren. Und ja, haben dann ein bisschen getüdelt, gemacht, getan und so weiter. Ja und letztendlich war es dann aber möglich einfach die Sitzbank ein bisschen anzuheben und mit den Fingern den Schlüssel darunter rauszufischen. Wir waren kurz vorm Knacken. Ja, Lauren wollte schon mit einem dicken Schraubenzieher da rein, umdrehen und... Der im Rest dran, der wird was nett sein zu geben. Aber dann mit Patties Langfingern haben wir es dann hingekriegt. Wie gesagt, Sitzbank hoch und den Schlüssel unten wieder rauszufingern. Aber das Schönste an der ganzen Geschichte ist, vor der Abfahrt hat meine Frau noch gesagt, willst du nicht den zweiten Schlüssel mitnehmen? Und ich, wieso einen zweiten Schlüssel? Was willst du denn damit? Ja, ihr könnt euch ja vorstellen, wie sie das gefeiert hat, als ich sie angerufen habe. Fünf Minuten lang musste ich mir das anhören. Ich hab's euch ja gesagt. Boah, also... Alter! Die ganze Zeit war windstill, ne? Und jetzt kommt der Wind. Das ist schon wieder krass. Ich muss mich mal so ein Stück hier rübersetzen. Ich würde sagen, wir machen erst mal das Bier auf nebenbei. Ich hoffe, ich bin noch ein Bild. Also, von wegen Campingplätzen. Erster Campingplatz 50 Euro, ne Franken. Franken. In der Schweiz zweiter Campingplatz in Frankreich 16 Euro irgendwas. Und heute hier dieser Campingplatz nennt sich naturbelassen. Da haben wir 6,40 Euro bezahlt. Sehr geil. Leider gibt es hier weit und breit gar nichts. Wir haben mit Ach und Krach eine Tankstelle gefunden. Und dann kam aber hier der Besitzer zum Abkassieren. Und wir haben gefragt, ob es nicht irgendwo eine Möglichkeit gibt, noch ein Bier zu kaufen oder so. Und dann ist er tatsächlich losgefahren und hat uns zwei Bier gebracht. Und das sind so diese kleinen Geschichten, die man auf so einer Reise erlebt und die meiner Meinung nach dann auch erzählenswert sind. Ja, sowas erlebst du nur am Campingplatz. Ja, ja. Nirgends sonst so. Und deshalb würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal hier diese Flaschen auf. Es sind leider nur 0,25. Von daher einmal ansetzen, da ist die wahrscheinlich weg. Die sind ruckzuck leer, ja. Und wir müssen mehr genießen, Patty. Wir hatten kein Abendessen, aber dafür ein Bier. Ein Brot tut es auch. Ja, und jetzt haben wir uns hier einen Platz direkt am See gesucht. Laurens musste natürlich seine Scrambler so parken, dass wir hier noch ein paar coole Sonnenuntergangsbilder mit Feuer machen konnten. Also heute war eigentlich mit der schönsten Motorradtakt bis jetzt. Es war perfekt. Es war auch nicht zu heiß. Am Ende wurde es ein bisschen warm, aber das war dann okay. Also insofern. Also von den dreien bis jetzt. Also wenn das so bleibt, hervorragend. Ja. Also ganz, ganz hervorragend. Der Sonnenuntergang ist auch gerade der Knaller. Ja. Und deshalb würde ich auch sagen, machen wir jetzt hier aus, genießen das Bierchen, machen noch ein paar Fotos. Ein bisschen Lagerfeueratmosphäre, da wo die Scrambler hingehört, in die Natur. Ja. Man könnte meinen, dass du das inszeniert hast hier. Nein, nein, habe ich nicht. Aber das ist einfach mal schön zu sehen, wie ein Motorrad so vorm See am Lagerfeuer. Das ist so richtig. Eigentlich müsste man jetzt die Zirette so à la Marlboro. So auf dem Pferd, so Marlboro Man. So, das ist jetzt so richtig cool hier. Das schon. So. 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 Angekommen. Endlich. Endlich. Wir sind jetzt heute schön über die Vogesenkammstraße gefahren. Richtig klasse, so auf 1200 Meter. War ein bisschen kühl da oben, aber sobald wir wieder runter kamen, war das dann auch wieder okay. Jetzt sind wir hier am Campingplatz Thunisee oder Thunissee. Ja, ein völlig anderer Schnack als das, was wir gestern hatten. Hier ist also alles ordentlich reglementiert. Die Dame vorne am Empfang, die führt ein strenges Regiment. Also hier hat alles seine Ordnung. Moin Leute. Ja, heute spielt das Wetter wieder wunderbar mit. Also ist es wirklich traumhaft, nachdem wir uns gestern den Bauch vollgeschlagen haben. Die Antje ist ja vorbeigekommen mit einem super Festmahl. Wir haben hier gegrillt und sind endlich mal so richtig satt geworden. Laurens, der braucht noch ein bisschen. Ich habe nochmal so einen kleinen Tipp für euch, für alle Biker. Der beste Kauf, den ich getätigt habe, waren ein paar Ohrstöpsel. Und zwar diese Dinger hier. Wenn man lange fährt und es dann auch windig ist, dann kann es ja schon extrem laut werden. Und die Dinger, die sind richtig gut. Die ersten zwei Tage habe ich sie nicht benutzt, aber dann ab dem dritten Tag habe ich sie die ganze Zeit drin gehabt. Das Gute ist, die Dinger filtern die Windgeräusche raus, die Fahrgeräusche. Aber man kann trotzdem wunderbar Musik hören. Also das Kommunikationssystem, das funktioniert auch hervorragend. Also ist vielleicht ein kleiner Tipp für alle, die beim Helm auch so ein bisschen mehr auf den Style achten. So wie ich hier. Und jetzt nicht irgendwie so einen mega Hightech-Helm haben. So mit Windschutz und bla bla bla. Guckt euch die mal an. Also heißen irgendwie Alpine Motosave oder so. War der beste Kauf ever. So mit Windschutz. Lorenz, Schwarzwald-Hochstraße. Was sagst du? Absolut der Hammer. Total geil, jeden zu empfehlen. Und die Torte, die nicht mehr da ist, auch der Hammer. Hat ja auch nur so ungefähr zehn Sekunden gedauert, da war die Torte weg, ne? Ja. Ein bisschen Alkohol drin, glaube ich. Aber... Im Petit peu, im Petit peu. Ein klein wenig. Wie ihr seht, sind wir in der Werkstatt. Aber nicht, weil was kaputt ist. Sondern unsere Tour hat uns in Richtung Frankfurt geführt. Hier ist Triumph Deutschland. Und da dachten wir, schauen wir mal vorbei. Schauen wir mal rein. Sagen wir Hallo. Ja, und die Jungs haben mal so einen kleinen Mini-Service gemacht. Einmal ein bisschen Öl gecheckt und Luftdruck und so weiter. Also nichts Wildes. War jetzt auch nichts irgendwie... Auch nichts gefunden. Nichts gefunden, also... Schwarzwald Hochstraße auf jeden Fall richtig cool gewesen. Also das hat mir richtig Spaß gemacht. Da haben wir auch super Wetter gehabt. Also diese langgezogenen, breiten Straßen, super asphaltiert, bergig, lange Kurven. Oh, richtig klasse. Ein bisschen kühl war es da oben. Ja, also zweite Haut drunter. Das ist schon nicht schlecht, ne? Fast Pflicht. Und sie ist ja berühmt, der Schwarzwald. Es fahren ja wirklich viele dahin, wegen Motorradfahren. Das merkt man, glaube ich, auch, weil über 70er-Schilder stehen. Aber ich glaube, die Motorradfahrer halten sich nicht dran. Ja, dann sind wir da raus und sind dann schon mal so ganz grob Richtung Frankfurt gefahren und haben dann einen Zwischenstopp in Lorsch gemacht. Da hat schon der eine oder andere gesagt, ey, was wollt ihr da denn, ne? Wirklich am Ende der Welt, was wollt ihr da? Ja, aber Laurens Schwester wohnt in Lorsch. Richtig. Und wir haben einen kleinen Pitstop in Lorsch eingelegt. Einen der wichtigsten überhaupt. Ja, weil, was sagst du? Seine Schwester, danke, 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 hat unsere ganzen Klamotten gewaschen. Wir waren lecker essen in Heppenheim in der Altstadt beim Spanier. Richtig schönes Steak gegessen. Wir waren in einem guten Hotel, Hotel Jäger in Lorsch. Guter Durchschnitt. Preiswert. Mega Frühstück gehabt. Wir haben uns so den Bauch voll geschlagen. Sechs Euro Frühstück. Sechs Euro für das Frühstück. Also wirklich so ein Berg. Megamäßig. So, und jetzt haben wir leider ein bisschen Pech. Wir sind jetzt hier in der Nähe von Frankfurt. Ich glaube, Rosbach heißt das hier, wo Triumph ist. Und es hat sich so ein bisschen eingeregnet. Wir müssen gleich mal auf die Tourplanung schauen. Wir wollen es jetzt vermeiden, direkt Richtung Norden zu fahren, weil dann müssen wir durch so ein Regenband durch. Eventuell ziehen wir gleich die Regenklamotten an und sehen zu, dass wir nochmal ganz schnell wieder runter in Süden kommen, dass wir da nochmal einen Tag bleiben und dann erst nach oben fahren. Über Saarland vielleicht. Wir fahren ja beide hier mit diesen Intercom-Systemen von Sena, das 10C Evo. Hightech mit Kamera, 4K-Kamera und es soll alles können während der Fahrt quatschen, Musik hören, Navigationsansagen und so weiter und so fort. Hinterkommen Fog, so wie das heißt, ne? Und leider müssen wir sagen, nicht empfehlenswert, oder? Durchgefallen. Durchgefallen. Der Punkt ist folgender. Musik hören geht gut, Navigationsansagen geht gut. Ja. Aber das Problem mit der Sprache, das heißt, selbst wenn wir hintereinander fahren, es ist schrebelig, es ist also Verbindungsabbrüche. Es ist nicht nur so, dass es eine schlechte Qualität ist, sondern es ist also wirklich wie Gestotter abgehackt. Genau. Wir haben sie neu verbunden, wir haben sämtliche Einstellungen ausprobiert. Also da muss ich sagen, vielleicht haben wir irgendwas übersehen, aber wir sind jetzt beide nicht unbedingt so die IT Legastheniker. Ich behaupte mal schon, dass wir uns mit solchen Gerätschaften und mit Apps dazu auskennen. Also wir haben uns ja richtig auseinandergesetzt damit. Wir haben ja einmal das gepairt über die App. Über die Smart Pairing. Über die Smart Pairing. Das hat eigentlich funktioniert. Da war der Ton intercommäßig gut. Am Anfang? Am Anfang. Das Witzige war normalerweise einmal draufdrücken, dann geht er ins Gespräch von anderen, dass man reden kann. Wenn ich es gemacht habe, ging es nicht. Genau, dann musste ich das Gespräch initiieren. Genau. Paddy musste es initiieren, hat es funktioniert. Ich habe dann von der Ferne immer den gemacht. Mach mal an. Mach mal an. Das hat nicht funktioniert. Dann haben wir auf der Tour irgendwann das wieder entpaärt. Also es gelöscht die Verbindung. Dann haben wir über die Geräte direkt gepairt. Das geht auch. Dann ging es erst. Dann ging es. Dann war... Aber dann war es eigentlich schon irgendwie kratzig. Die Qualität war dann irgendwann eine Katastrophe. Es war immer... Es ist ein Unterschied, ob man über die Smart oder die App Smart Pairing macht oder direkt pairt. Anscheinend. Keine Ahnung. Also ich weiß es nicht genau. Ich muss auch ehrlich gesagt sagen, dass man dann irgendwann so ein bisschen resigniert, weil die Dinger, die sind echt nicht billig. Ich glaube, die kosten über 300 Euro. Eins, ja. Und ich muss sagen, dafür dann so ein Geteste während der Tour. Endpairn, Neupairn und so. Also von daher... Ja, leider ist das Gesamturteil Sena 10 CEWO weitestgehend durchgefallen. Wir haben es tatsächlich geschafft, aus dem Regen rauszufahren. In Frankfurt, da hat es ja echt noch die ganze Zeit genieselt, aber auch so ein unangenehmer Regen. Also, ja, man hat die ganze Zeit so diese... Die Tropfen auf dem Visier. Ja, jetzt sind wir hier irgendwie, ich glaube in der Pfalz oder so, ne? Hier, Landgasthof, Klosterhof, haben uns einfach über Booking was gesucht. Ja, ich weiß, was ihr wieder denkt. Weicheier, ist vorbei mit Zelten. Aber hey, wir hatten schon vier Nächte im Zelt. Hatten wir vier oder hatten wir drei Nächte im Zelt? Vier, glaube ich, ne? Oder drei, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, auf jeden Fall habe ich schon mehr gezeltet als wahrscheinlich den Rest meines Lebens. Ja, und was soll ich sagen, wir sind nach dem Wetterradar gefahren, also Regenradar wahrscheinlich mit die wichtigste App für Motorradfahrer und mussten wieder ein bisschen in Richtung Süden, wir wollten eigentlich schon auf nach Norden und sind dann aber wirklich so durch, durch das Regenband durch. Ja, und dann plötzlich hier in der Pfalz richtig schön tolle Straßen durch die Weinberge. Ja, da sind wir auch so ein bisschen gekachelt. Ich glaube, wir sind hin und wieder auch mal 10 kmh zu schnell gefahren. Aber hat richtig Spaß gemacht. Also, das ist irgendwie aber dann auch so ein bisschen das Geile an solchen Touren. Du hast diese Höhen und Tiefen, du stehst da und es ist am Regnen und du denkst dir, Mensch, heute nochmal die Pferde satteln, eigentlich keine Lust. Ja, und dann machst du es doch und bist plötzlich raus aus dem Regen und dann so sprachlos wie Laurenz. Was gibt's denn heute zu essen bei dir? Ich bin doch am Überlegen, Salat vielleicht. Ich glaube, Salat wäre eine gute Wahl, wenn ich mir das so angucke. Was passiert, Laurenz? Paddy hat sich verfahren, statt links oder rechts. Ich habe keine Ahnung. und auf einmal steht er vor mir und ich dachte, ich fahre hier mal kurz hinten rein. Einfach mal so hinten, ja, das Nummernschild. Es ist schon wieder gerade gebogen, aber es sieht jetzt so ein bisschen, also eigentlich sieht es jetzt erst richtig cool aus. So muss ein Nummernschild aussehen, aber ja, bei Laurenz hier der Handschutz gebrochen, aber nicht weiter wild. hier das Plastik haben wir ein bisschen abgesägt. Läuft einwandfrei. Ist ein Scrambler, ne? Ja, da kann man schon über den Lenker oben drüber absteigen. Das muss so. Das muss so sein. Das muss so. Man muss oben drüber absteigen. Ja, ja. 380 Kilometer heute abgerissen. Wir sind vorbei bei den Steel Buddies, Morlock Motors. Da hat Laurenz dann erstmal vorgetäuscht, dass er was kaufen will, weil die eigentlich gar keine Touristen zur Besichtigung da haben wollen. Und ja, dann hat Laurenz denen erstmal erzählt, dass er irgendwie so einen Camper braucht. Jetzt sind wir hier irgendwie Biggesee oder so und ziehen uns nochmal so ein schönes Fritteusenschnitzel mit Pommes rein. Morgen geht es dann in Richtung Harz. Da muss Laurenz dann einmal in den Kiffhäusern rauf und runter. Erstmal eins schon. Ja, einmal mit den Irren einen Willi machen. Erstmal eins schon. Der Plan an dem Tag war rüber in den Harz zu fahren. Das mussten wir einfach auf unserer Tour mitnehmen, denn je weiter man nach Norden kommt, umso mehr geht es dann halt nur noch über Flachland immer gerade aus. Es fing so ein bisschen zu regnen an und wir zogen vorsorglich die Regenklamotten an. Ja, und in einem kleinen Dorf kam es dann leider zum dramatischen Ende unserer Tour. Auf der Straße aus dem Dorf raus, da fuhr eine Rollerfahrerin. Sehr langsam, sehr weit rechts auf der Straße. Es gab keinen Gegenverkehr und man konnte auch wirklich super weit gucken. Laurenz setzte zum Überholen an und das sah alles absolut sicher aus. Ich fuhr ja hinter ihm und in dem Moment, als er auf der Höhe der Rollerfahrerin ist, da zieht diese ohne zu blinken und ohne irgendeine Vorankündigung scharf, fast im 90 Grad Winkel nach links rüber, um dort in eine Einfahrt zu fahren. Das hat natürlich dann ordentlich gescheppert. Die beiden sind wirklich über die Straße gerutscht. Ich fuhr dahinter und dachte nur, oh Gott, so eine Scheiße. Ja, die Rollerfahrerin wurde dann auch mit ins Krankenhaus genommen, weil sie irgendwas am Bein hatte. Sie war aber ansonsten den Umständen entsprechend okay, zumindest soweit ich das beurteilen konnte. Laurenz hatte ein dickes Bein und wie sich später herausstellte auch ein paar gebrochene Rippen. Ja, und die Scrambler, total Schaden. Insgesamt haben wir vier Stunden an der Unfallstelle verbracht, bis dann alles geregelt war. Übernachten konnten wir glücklicherweise bei einem Cousin von Laurenz, der etwa eine Stunde entfernt wohnte und ihn auch mit dem Auto abgeholt hat. Ja, und am nächsten Tag, da ging es dann für Laurenz mit dem Zug zurück nach Hause. Ich habe mich ebenfalls direkt auf den Rückweg gemacht, weil ich natürlich auch keine Lust mehr hatte, jetzt alleine die Tour fortzusetzen. Von daher kein schöner Abschluss für die Tour, aber mittlerweile sind alle Wunden verheilt und ja, Laurenz hat auch schon wieder ein neues Bike. Damit endet dann leider auch das Video an dieser Stelle. Ich danke euch fürs Zuschauen. Tschüss, Leute!